Entschuldigt, die Verspätung. Mein Internet ist dennoch besser als das vom ältesten Paminder. Which is why you have me. I apologize. Und deswegen seht ihr jetzt mich und dafür Entschuldigung. If you kneel with me, we'll open in prayer. Wir öffnen mit Gebet und ich lade euch ein, niederzuknien. Dear Lord, Dear Lord, As we gather from all parts of the world, wenn wir nun uns von der ganzen Welt treffen, and we'll look at Babylon, und uns Babylon anschauen, help us to understand the great controversy. Hilf uns, den großen Kampf zu verstehen. May we understand this war, so, dass wir diesen Krieg verstehen mögen. Where it began. Wo er anfing. What you are really fighting for. Und wofür du wirklich kämpfst. That we might be soldiers of the cross. So, dass wir Soldaten des Kreuzes sind. Our role in this great controversy is inescapable now. Unsere Rolle in dieser, in diesem großen Kampf ist, nicht zu entwischen. May we be good soldiers. Mögen wir gute Soldaten sein. For this we pray that you train us. Und dafür bitten wir, dass du uns ausbildest. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to complete our look at the rise of modern Babylon. Wir möchten nun unsere Betrachtung über das moderne Babylon abschließen. We drew up in our last presentation. In unserer letzten Präsentation. The Alpha of Israel and the Alpha of Babylon. haben wir das Alpha von Israel und das Alpha von Babylon aufgezeichnet. And we saw that they both went through times of scattering. Und wir haben erkannt, dass beide durch Zeiten der Zerstreuung hindurch gegangen sind. And we believe that Babylon was rising when the Lateran Treaty was signed. Wir glauben, dass Babylon aufkam, als der Lateranvertrag unterzeichnet wurde. Alles, was wir getan haben, ist, das jetzt noch tiefer zu betrachten. To see the patterns of scattering and gathering. Um nochmals das Muster der Sammlung und Zerstreuung zu sehen. Scattered, gathered and then scattered again. Zerstreut, gesammelt und dann wieder zerstreut. A counterfeit. Eine Fälschung. Das wurde schon mal so gelehrt und aufgezeigt. Ich wollte aber einige Dinge hinzufügen. Zunächst wollte ich einen Punkt noch stärker hervorheben. Das ist eine Worte. Dass man eine Reformlinie für den Anfang des modernen Babylon haben kann. Denn wenn Gottes Volk dieses Verständnis nicht hat, dann kann es Satan auch nicht haben. Und er kann nichts aus sich selbst kreieren. Das war der erste neue Punkt. Den zweiten Punkt, den ich machen wollte, waren antizipierende Fragen. Wo ist denn das Wahre des Laterans-Vertrags? Wenn wir hier vergleichen und gegenüberstellen, ist das eine große Wegmarke, die wir auf unserer Linie nicht sehen. Also es ist nicht so, dass die Leute diese Frage stellen, sondern ich erwarte sie, dass diese Frage gestellt wird. Wenn du diese Frage stellen würdest, wäre meine Antwort. 1818 ist für uns nur eine prophetische Botschaft. Eine interne geistliche Wiederherstellung. 1917 ist schwieriger oder komplizierter. Die Komplikation kommt da herein, wenn man erkennt, was Satan tun muss. Du siehst nicht, wie Miller mit irdischen Regierungen arbeitet. Hier stellt Gott eine Gemeinde wieder her. Und hier erkennen wir, wie Satan eine Kirche-Staat-Beziehung wieder aufbaut. Hier sehen wir den Unterschied. Also man kann nicht hier ankommen und eine Parallele zum Lateran-Vertrag erkennen. Also an diesem Punkt erkennt man, wo sie sich unterscheiden. Und der dritte Punkt, den ich herausstellen wollte, Ich wollte zwei Vorhersagen für jede Geschichte beifügen. Die einzige externe politische Ereignis, das die Milleriten vorhersagten, war im Jahre 1840. Und das einzige Zeichen für das Ende der Welt in dieser Geschichte war der Sternenfall. Das einzige externe politische Ereignis, das sie vorhersagen, ist der Zweite Weltkrieg. Und dieses Zeichen der Zeit ist das, was sie als dieser Fatima-Sturm beteiligt hat. Das war also der dritte Punkt dieses Themas. Johannes der Täufer hat den Weg vorbereitet und dann kam Christus. Und dann am Ende zweifelt Johannes der Täufer. William Miller hat viel getan. Er hat den Weg vorbereitet. At the end he rejected. Aber am Ende hat er es verworfen. I would argue Pius XI paved the way. Der Weg wurde vorbereitet. Pius XI hat den Weg vorbereitet. Für Pius XII. Dem Papst des Zweiten Weltkriegs. But at the end of his life, Pius XI rejects. Aber am Ende hat Pius XI es verworfen. Er tut alles leid, was er zuvor getan hatte. Wenn wir Pius XI nun hinzunehmen, Zwingt es uns nicht nur die Interaktion zwischen dem Vatikan und dem König des Nordens zu betrachten. Vatikan und Deutschland. Jetzt sehen wir den Vatikan und Italien. Nur ein Punkt. Ein Punkt. Germany is still the King of the North. We can trace that. Wir können verfolgen, dass zu dem Zeitpunkt Deutschland immer noch König des Nordens ist. But you see, he has an inseparable partner in Mussolini. Aber man kann erkennen, dass er einen untrennbaren Partner hat, nämlich Mussolini. They're quite inseparable. Sie sind eigentlich unzertrennlich. So when you switch it, wenn man es also umdreht, today in history success, heute in der Linie des Erfolges, who's the King of the South? Wer ist denn König des Südens? Putin, Russia. Putin, Russland. But he has got a friend. Aber er hat einen Freund. An ally. Einen Alliierten. In some ways a rival. In gewisser Weise auch einen Feind. But they have each other's back. Aber sie stützen sich gegen einen. Sie stützen sich. You had Hitler and Mussolini. Man hatte Hitler und Mussolini. Russia is the King of the South. Russland ist König des Südens. But he's not alone. Aber er ist nicht allein. And I would argue that that is where we introduce China. Und an diesem Punkt schlage ich vor, führen wir China ein. But we aren't talking about China at this camp meeting. Aber bei diesem Camp Meeting sprechen wir nicht über China. Just want to make that point. If we're talking about Italy here. Ich wollte nur diesen Punkt machen, wenn wir hier über Italien sprechen. Und es prophetisch verfolgen. Auch wenn es nicht König des Nordens ist. Now you know how we can approach China. Aber jetzt wisst ihr, wie wir an China herangehen können. So Pius XI and Mussolini. Pius XI und Mussolini. Wir haben ein Zitat gelesen. Katholisches. Wo es heißt, keine italienische Regierung und vielleicht auch keine Regierung der Welt hätte so viel für die katholische Religion tun können. In einem einzigen Jahr. Als Mussolini es getan hat. Einige Punkte, die wir jetzt noch machen möchten, bevor wir weitergehen. Ich schreibe sie hier hin. Wir müssen diese Veröffentlichung verstehen. Die La Civilta Katholica. Die La Civilta Katholica. Die La Civilta Katholica. Und Kardinal Gaspari. Und Kardinal Gaspari. Ich wollte noch Gaspari hier einführen. Ganz am Anfang von der Führung von Mussolini Hatte er ein geheimes Treffen mit Gaspari. Gaspari kam in one entrance. Gaspari kam in den einen, zum einen Eingang hinein. Mussolini in the other. Und Mussolini zum anderen Eingang. Das war das erste Treffen zwischen Mussolini und der katholischen Leitung. Und in diesen Anfangstagen kamen sie in Übereinstimmung. Mussolini. Mussolini. Und Pius der Elfte. They would communicate through a mediator. Würden nun durch einen mediator kommunizieren. A jesuit priest. Ein jesuitischer Priester. Ein Priester der Jesuit. Pietro Tachi Venturi. Und dieser hieß Pietro Tachi Venturi. Das ist der zweite der Männer, die uns bekannt sein sollten. Er hatte keine führende Position zuvor. That reflected how influential and powerful he really was. Die zeigen würde, wie einflussreich er eigentlich war. Just to quote his Wikipedia page. Wir zitieren hier von Wikipedia. He was a jesuit priest and historian. Er war ein jesuitischer Priester und ein Historiker. Who served as the unofficial liaison between Mussolini. Der als mediator zwischen. Sorry, it's not in your quote. Mussolini. And Pius XI and Pius XII. The only reference that's not in the quotes. Sorry about that. He became known as Mussolini's confessor. Er wurde bekannt als Mussolini's confessor. Als Beichtvater. One German newspaper would refer to him as Mussolini's Rasputin. Und eine deutsche Zeitung würde über ihn schreiben, dass er Mussolini's Rasputin, if we remember him from Russia. Rasputin was the spiritual guide behind Tsar Nicholas, especially the wife of Tsar Nicholas. Rasputin ist ein Geistlicher. Many people became very jealous of this man. Viele Leute wurden sehr eifersüchtig auf diesen Mann. Because no other such ambassador had more meetings, such frequent meetings with Mussolini. Denn keiner hatte so viele Treffen mit Mussolini nie als er. They met at least monthly. Sie trafen sich mindestens einmal im Monat. To negotiate between the Italian government and the Vatican. Um zwischen der italienischen Regierung und dem Vatikan zu verhandeln. So it took about four years for Mussolini to dismantle democracy. Es hat also etwa vier Jahre gedauert, bis Mussolini die Demokratie entmantelte. Perhaps it wasn't quite as manic as Hitler. Er war vielleicht nicht ganz so manisch wie Hitler. But it was often through violence and control. Aber er tat dies auch oft durch Kontrolle und Gewalt. And through those four years, his greatest aid was Vatican support. Durch diese vier Jahre hindurch war die größte Hilfe die Unterstützung des Vatikans. The influence Vatican support carried in a country that was 99% Catholic. Und das in einem Land, wo 99% katholisch war. We know that to get Hitler into full power. Wir wissen, damit Hitler an die volle Macht kommt. Pucelli dismantled the Catholic Center Party. Hat Pucelli die katholische Zentral-Mittel-Partei entmantelt. Italy also had a Catholic Center Party. Auch Italien hatte diese zentrale katholische Partei. Und auch der Vatikan hat dies getan. To give Mussolini full control. Um Mussolini die volle Macht zu geben. Was wir jetzt aber betrachten möchten, sind die Kompromisse. Den Rassismus. The church state. Und die Verbindung von Kirche und Staat. So this man who was the go-between. Er war also, dieser Mann war sozusagen der, der dazwischenstand. Going to quote from something, from an interaction he had with Mussolini. Wir zitieren jetzt hier von einer, von einem Treffen, den er mit Mussolini, das er mit Mussolini hatte. In 1926? Im Jahre 1926. It's quote 10 in the document. In a document drafted in the summer of 1926, Taki Venturi identified the worldwide Jewish Masonic Plutocracy as the greatest enemy the church faced. He called for strong government measures, including a special secret police to monitor Italy's Jewish bankers. The government should also abolish the Stock Exchange, which he dubbed the most potent means of the occult empire. And because the world's press was almost entirely in the hands of the Jews and the Masons governments needed to limit freedom of the press in all matters dealing with business and finance. They had to recognize that the Jewish Masonic Plutocracy lay at the root of all the world's economic and political problems. In einem im Sommer 1926 verfassten Dokument bezeichnete Taki Venturi die weltweite jüdisch-freimaurerische Plutokratie als den größten Feind der Kirche. Er forderte streng staatliche Maßnahmen, darunter eine spezielle Geheimpolizei zur Überwachung der jüdischen Bankiers Italiens. Die Regierung sollte auch die Börse abschaffen, die er als das mächtigste Mittel des okkulten Imperiums bezeichnete. Und weil die Weltpresse fast vollständig in den Händen der Juden und Freimaurer war, mussten die Regierungen die Pressefreiheit in allen Angelegenheiten, die mit Wirtschaft und Finanzen zu tun hatten, einschränken. Sie mussten erkennen, dass die jüdisch-freimaurerische Plutokratie die Wurzel aller wirtschaftlichen und politischen Probleme der Welt war. Das ist also der Vatikan, der zu Mussolini spricht. Und sagt Mussolini, was er tun soll in Bezug auf wie er mit den Juden umzugehen hat. Ich glaube nicht, dass Walter Veit von sich sagen würde, dass er Rassist ist. Wenn er über die Rothschild und diese alten jüdischen Bankiers spricht. Er sagt nicht, dass sie Juden sind. Und dann spricht er über die Freimaurer und impliziert, dass sie alle beste Freunde oder so geheime Freunde mit dem Antikam sind. Walter Veits Kultimperium. Aber man hört nicht, dass die Presse darüber spricht. Denn die Leute, denn die Presse wird von diesem unterschwelligen Schattenstaat kontrolliert. All das, was Veit nun getan hat, ist, dass er jahrhundertealte Vatikanspropaganda teilt removed und hat das Wort jüdisch entfernt. Aber es ist die gleiche Propaganda, die Hitler benutzte, um den Holocaust zu tun. Einige von uns kennen vielleicht die Firma Weight Watchers. Es zielt auf Frauen ab, also sie machen auch Männer, aber es zielt auf Frauen ab. Weight Watchers. Weight Watchers. Help Mostly Women Get Skinny. Sodass sie helfen Frauen, dass sie dünn werden. They changed their name last year. Letztes Jahr haben sie ihren Namen geändert. To WW. Und zwar zu WW. And when they were asked what WW means. Und wenn sie gefragt wurden, was denn jetzt WW bedeutet, they said it doesn't mean anything. Dann sagen sie, es bedeutet gar nichts. But now they advertise with that headline, aber mit dieser Überschrift steht dann in der Werbung wellness that works. Dort heißt es dann Wellness, die funktioniert. hat sich die Firma nun geändert? Nothing about that company has changed. Nichts hat sich geändert. They're still there to get women to lose weight. Sie sind immer noch da, damit sie Frauen dazu bringen, Gewicht zu verlieren. Aber es ist halt nicht mehr so gut, diese Worte zu benutzen. Aber sie wollen auch nicht, dass die Leute die Marke oder dieses Unternehmen vollkommen aus den Augen verlieren, denn sie sind ja sehr bekannt. Deswegen findet man es immer wieder auf gewissen Zeiten. Aber die Sprache hat sich verändert. Man kann Gewichtsverlust nicht mehr sagen. Man kann sagen, man kümmert sich um das Gewicht. Aber Gewichtsverlust darf man nicht sagen. Und hier geht es um das Gleiche. Wenn Walter Veith über diesen Schattenstaat spricht, dann kann er nicht darüber sprechen, dass sie jüdisch sind. Aber die Botschaft hat sich deswegen nicht verändert. Wir betrachten die Wurzeln des Gedankenguts, die Walter Veith verbreitet. Ted Wilson ist politisch korrekt. Und die Weltanschauung von Ted Wilson ist ähnlich. Sie ist politisch korrekter. Aber ähnlich. 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 By the way, Pietro Taki Venturi und also nebenbei dieser Pietro Taki Venturi hat. Er hat etwas überlebt, habe ich leider nicht verstanden. einen Messerangriff ein Messerangriff. Er hat diese internationalen Feinde von Mussolini angegriffen. Und der einzige Kommentar, den ich jetzt auf diesen Messerangriff machen möchte, was that the Catholics issues with sexual abuse did not start in the last few years. Und zwar dieser sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche hat nicht erst vor ein paar Jahren angefangen. Und die Polizei hat aufgehört danach zu forschen. Denn der junge Mann, der ihn angegriffen hatte, war kein Feind des Faschismus. Es ging hier um etwas Persönliches. Schauen wir uns den Lateranvertrag an. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Diskussion über den Lateranvertrag einsteigen. Aber wir kennen ihn. Quoting Mussolini. Wir zitieren nun Mussolini. Having disposed of the prejudices of liberalism, the Duce explained, the fascist regime has repudiated the principle of separation of church and state. His government had worked hard to restore the character of being a catholic state and a catholic nation. I wanted to screen share. Am I able to screen share? Ich möchte euch jetzt hier mit euch meinen Bildschirm teilen. Here we have sitting at the front. Hier sehen wir Mussolini und Cardinal Gastari. These are some photos of the New York Times from 1929. Diese Fotos sind aus der New York Times vom Jahre 1929. I know you can't quite read it. Ich weiß, es wird schwierig das hier zu lesen. But under the photo of Pius the 11th. Aber unterhalb des Fotos von Pius dem 11th. Heißt es, dass er es geschafft hat, diese temporäre Souveränität wiederzuerlangen? Des römischen Sitzes. Und dann wieder nochmals von der New York Times. I like this photo. Dieses Foto gefällt mir. Front and center again is Mussolini and Gasparri. Vorne in der Mitte ist es wieder Mussolini und Gasparri. Church and State in complete accord. Kirche und Staat in vollkommener Übereinstimmung. Two days after signing the Lateran Treaty speaking to a group of university students quoting from the document perhaps the Pope told them it helped that one side was headed by a librarian the Pope and perhaps too what was needed was a man such as the one that Providence had us encounter a man who did not share the concerns of the liberal school Vielleicht sagte der Papst hat es geholfen dass die eine Seite von einem Bibliothekar angeführt wurde und vielleicht brauchte man auch einen Mann wie den dem die Vorsehung uns begegnen ließ einen Mann der die Sorgen der liberalen Schule nicht teilte Moving on from the Lateran Treaty Wir gehen jetzt weiter Wir haben nicht so viel Zeit und aber viel zu sagen Wir haben schon zuvor über 1888 gesprochen über dieses Dokument wie die Verfassung christlich wurde Was hat denn Kirche und Staat im Jahre 1888 zusammengeführt Diese Gruppenbedrohung diese Bedrohung war Jews Adventists Juden Adventisten Catholics Katholiken und die Säkularisten Wir demonstrierten one of the Threats was Catholics und wir haben aufgezeigt dass eine der Bedrohung die Katholiken waren waren keine Freunde Jetzt betrachten wir Europa Im Jahre 1932 hat Mussolini den Papst besucht und das hat dann weltweit hat weltweite Tragweite Wir werden uns jetzt nicht den Sexismus des Vatikans betrachten Aber nur das gesagt als eine Journalistin eine internationale Journalistin darüber berichten wollte wurde sie nicht so gut angenommen Das ist das Treffen zwischen Mussolini und dem Papst of the Concordatts' Unfortunate Language, which referred to non-Catholic religions as admitted cults. The Pope had opposed that phrase, preferring that they be described as tolerated cults. The Pope acknowledged that the Protestants were few, but argued that the threat was nonetheless great. He handed to the Duce a lengthy report on the question. Over the next years, he would bombard the dictator with requests to keep the Protestants in check. Nach einem Minimum an Höflichkeiten kam Pius auf das Thema zu sprechen, das ihm am dringlichsten erschien. Die protestantische Missionierung, so erklärte er dem überraschten Mussolini, der nicht damit gerechnet hatte, dass dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung des Treffens stehen würde. Macht in fast allen Diözesen Italiens Fortschritte, wie eine Studie zeigt, die ich die Bischöfe durchführen ließ. Die Protestanten werden immer mutiger und sie sprechen von Missionen, die sie in Italien organisieren wollen. Sie machten sich die unglückliche Formulierung des Konkordats zunutze, indem die nicht-katholischen Religionen als zugelassene Sekten bezeichnet werden. Der Papst hatte sich gegen diese Formulierung ausgesprochen und es vorgezogen, sie als toleriert zu bezeichnen. Der Papst träumte ein, dass die Zahl der Protestanten gering sei, aber die Bedrohung sei dennoch groß. Er übergab dem Duce einen ausführlichen Bericht zu dieser Frage. In den nächsten Jahren würde er den Diktator mit Bitten bombardieren, die Protestanten in den Schacht zu halten. Sie sind keine Freunde. Aber der Protestantismus gibt dem Katholizismus Herrlichkeit, wenn sie sie emulieren. Der Papst fügt hinzu, dass er das Prinzip des totalitären Faschismus verstehen könne, aber dies könne sich nur auf den materiellen Bereich beziehen. Es gäbe auch geistige Bedürfnisse und für diese brauche man einen katholischen Totalitarismus. Schließlich drückte der Papst seine Besorgnis über die Geschehnisse in Russland aus, wo die Bolschewiken das Christentum vernichten wollten. Dahinter, so Pius, verbirgt sich auch die antichristliche Abscheu vor dem Judentum. Als er Nunzius in Polen war, erinnerte er sich, sah ich, dass in allen bolschewistischen Regimentern die zivilen Kommissare Juden waren. Die Gruppen bedrohen Protestanten, Sozialisten und Juden. Dafür gibt es viele Zitate. Ich zitiere hier nur für diesen Punkt, aber es gibt noch viel mehr. Auch Taki Venturi spielte eine Rolle. Er verbrachte Jahre damit, Mussolini davon zu überzeugen, dass eine große böse Verschwörung unter der Führung von Protestanten und Juden am Werk war, die sich ebenso gegen den faschistischen Diktator wie gegen die katholische Kirche richtete. Er stützte sich auf ein Netz von Informationen, die ihn mit den neuesten Nachrichten über die okkulte Verschwörung versorgten. Im Juni 1933 schickte er Kardinal Pacelli eine Kopie eines solchen Berichts. Er ist die Klinik. Er ist die Klinik. should always be considered as enemies. Instead of wasting their time investigating priests, he said, government authorities should be looking into the formidable, underhanded, subversive activities of the Jews, the Masons and the Protestants who, disguised as admirers of Fascism, have become practically the feudal lords of Italy as they never were in the past. Mussolini had to be warned. Im Zentrum der Regierung, d.h. in den Ministerien, gibt es hohe bürokratische Beamte, die entweder Juden oder Freimaurer sind, die die Präfekten glaubten, machen wollen, dass der Klerus und die Katholiken immer als Feinde betrachtet werden sollten. Anstatt ihre Zeit mit Ermittlungen gegen Priester zu vergeuden, sollten sich die Behörden mit den furchtbaren, hinterhältigen, subversiven Aktivitäten der Juden, der Freimaurer und der Protestanten befassen, die, getarnt als Bewunderer des Faschismus, praktisch zu den feudal Herren Italiens geworden sind, wie sie es in der Vergangenheit nie waren. Mussolini musste gewarnt werden. The charge that Jews were the evil force behind a worldwide conspiracy against Christianity and European civilisation had long been heard in the Vatican. The Jesuits of La Civilta Cattolica were among its most avid proponents. A feature article titled The World Revolution and the Jews had appeared in the Vatican Supervised Journal in late October 2022, as the fascists were marching on Rome. It described a world in chaos where secret forces orchestrated labour strikes and unrest in pursuit of the goal of communist revolution. The credulous masses participating in the revolts were mere stooges, manipulated by an occult power that showed telltale signs of coming from the ghetto. Der Vorwurf, die Juden seien die böse Kraft hinter einer weltweiten Verschwörung gegen das Christentum und die europäische Zivilisation, war im Vatikan schon lange zu hören. Die Jesuiten von La Civilta Cattolica gehörten zu ihren eifrigsten Verfechtern. Ein Artikel mit dem Titel Die Weltrevolution und die Juden war Ende Oktober 1922 in der vom Vatikan überwachten Zeitschrift erschienen, als die Faschisten auf Rom marschierten. Er beschrieb eine Welt im Chaos, in der geheime Kräfte Arbeitsstreiks und Unruhen orchestrierten, um das Ziel der kommunistischen Revolution zu erreichen. Die leichtgläubigen Massen, die sich an den Aufständen beteiligten, waren bloße Handlanger, manipuliert von einer okulten Macht, die verräterische Anzeichen zeigte, dass sie aus dem Ghetto kam. Habt ihr schon mal zuvor gehört, dass dieses okkulte Imperium Chaos bringt, damit es zur Ordnung kommen kann. Das ist der fundamentale Punkt der meisten Argumente, die Walter Veith aufbringt. Und es sind diese Freimauer. The Popes had long condemned Freemasonry, and one of the first things Mussolini had done to please the Vatican after coming to power was to declare Freemasons ineligible for membership in the Fascist Party. Sorry, that one's not in the quote document, that's my second mistake, I'll repeat. The Popes had long condemned Freemasonry. Und eines der ersten Dinge, die Mussolini getan hat, um dem Vatikan zu gefallen, war, dass er Freemaurer ausgeschlossen hatte, ein Teil zu sein. In the Fascist Party. Und er Mitglied der Faschistenpartei zu sein. Coming back to racism. Kommen wir nochmal zurück zum Rassismus. In the 1922 article in La Cevilta Cattolica. Und zu dem Artikel vom Jahre 1929 in der La Cevilta Cattolica. The leaders of the Bolshevik reign of terror were not indigenous Russians, but rather, quote, Jewish intruders, who slightly masked their true identity behind slavic-sounding pseudonyms. In short, although Jews comprised less than 5% of Russia's population, quote, this tiny minority today has invaded all the avenues of power and imposes its dictatorship on the nation. Die Anführungen der bolshevistischen Schreckenherrschaft waren keine einheimischen Russen, sondern, Zitat, jüdische Eindringlinge, die ihre wahre Identität hinter slavisch klingenden Pseudonymen verbargen. Kurz gesagt, obwohl die Juden weniger als 5% der russischen Bevölkerung ausmacht, Zitat, ist diese winzige Minderheit heute in alle Bereiche der Macht eingetrunken und übt ihre Diktatur über die Nation aus. Dieser Artikel aus dem Jahre 1922 hatte große Bedeutung. Und es wurde von den Nazis als zentrale Rechtfertigung für ihre antisemitische Kampagne verwendet. The next issue of Lassewilter Cattolica, the first to appear after Mussolini came to power, carried news from Austria under the headlines, Jewish Masonic Socialism Tyrannises Austria. Following the Great War, the journal reported, Vienna's 19 Masonic lodges had formed a Grand Lodge. All of its high functionaries, without exception, were Jews. Their goal was to rule the world under the domination of the Masons, themselves under the Jews' power. If the Jews in Vienna got their way, the journal warned, Vienna will be nothing but a Jewish city. Houses and belongings will all be theirs. The Jews will be the bosses and lords, the Christians their servants. Austria will be absolutely the subject, tributary and slave of the Jews. This in short is the guiding idea of our socialist Jewish Masonic leaders. Die nächste Ausgabe von Lassewilter Cattolica, die erste, die nach Mussolinis Machtübernahme erschien, brachte Nachrichten aus Österreich unter der Überschrift Der jüdisch-freimaurerische Sozialismus tyrannisiert Österreich. Nach dem Ersten Weltkrieg, so berichtete die Zeitschrift, hatten sich die 19 Wiener Freimaurerlogen zu einer Großloge zusammengeschlossen. Alle ihre hohen Funktionäre waren ausnahmslos Juden. Ihr Ziel sei es, die Welt unter die Herrschaft der Freimaurer zu regieren, die ihrerseits unter der Macht der Juden stehen. Wenn die Juden in Wien ihren Willen bekämen, warntet die Zeitschrift, wird Wien nichts als eine jüdische Stadt sein, Häuser und Besitztümer werden alle ihnen gehören, die Juden werden die Chefs und Herren sein, die Christen ihre Diener. Österreich wird absolut der Untertan der Tributpflichtige und der Sklave der Juden sein, Das ist kurz gesagt die Leitidee unserer sozialistischen, jüdisch-freimaurerischen Führer. Wenn man nun das Wort Juden oder jüdisch entfernt, genauso wie heute Leute das Wort Gewichtsverlust entfernen, So hat man dann Walter Veiths komplette prophetische Botschaft. You could just as well get it from Lacer Vilda Cattolica. Aber man kann es genauso ganz einfach von Lacer Vilda Cattolica bekommen. Ist es denn für die katholische Kirche gerechtfertigt, in dieser Geschichte mit dem Faschismus zu arbeiten? Sie haben Hitler nicht gemocht. Und oft haben sie Mussolini gehasst. Aber sie tun ja gute Sachen für die Gemeinde. Mussolini hat viele Affären. Sein Privatleben ist überhaupt nicht moralisch. Aber es geht nicht um seine persönliche Moral. Es geht darum, was er für die Kirche tut. Also muss man einen unmoralischen Führer annehmen. Denn die Kirche befindet sich ja in Bedrohung. Es ist die katholische Kirche, die unterdrückt wird, wenn sie nicht vom Staat beschützt wird. Woher kennen wir das denn? Wo haben wir das schon mal gehört? 1888? Heute? Und genauso in dieser Geschichte. Ich möchte ganz kurz über Australien sprechen. Australien hat einen Kampf in Australien momentan. Es gibt einen kontroversen Gesetzesvorschlag, der jetzt durchs Parlament oder vom Parlament besprochen wird. Aimed at protecting religious people from cancel culture. Die religiöse Leute da vor dieser cancellation culture zu schützen. Unter anderem würde er katholische Schulen das Recht einräumen, im Namen des religiösen Ethos Lehrer zu entlassen oder Schule Schüler auszuschließen. Das Thema der religiösen Diskriminierung stand in den letzten Jahren im Mittelpunkt mehrerer öffentlicher Debatten, insbesondere nach der Verabschiedung des australischen Gesetzes zur gleichgeschlechtlichen Ehe im Jahr 2017. Dies löste eine von Konservativen geleitete Untersuchung der Regierung aus, ob sich religiöse Gruppen in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung beschnitten fühlten. Fälle wie der des Rugby-Spielers Israel Folau, der aus der Nationalmannschaft der Wallabies entlassen wurde, weil er auf Instagram geäußert hatte, dass Homosexuelle in der Hölle landen, haben die Diskussion ebenfalls angestoßen. Das Problem ist, dass der Premierminister Mr. Morrison ein Pfingstler ist, der seinen Prediger mitgebracht hat, um Trump zu treffen, als eine Wahl bevorstand. Quoting Mr. Morrison in the last paragraph. Und nun zitieren wir, Wir zitieren Morrison, Viele Menschen aus verschiedenen religiösen Traditionen sind besorgt über den Mangel an religiösem Schutz gegen die weltweit verbreitete Cancellation-Culture oder Stempelkultur im australischen Leben, sagte er am Donnerstag im Parlament. Es waren bisher wenige Jahre, dass Homosexuelle das Recht auf Ehe haben. Und der Kampf nun geht darum, wer wird denn unterdrückt? Sind es die Juden oder sind es die Katholiken? I'm going to move on from that for time. Aber wegen der Zeit werden wir jetzt weitergehen. Hoping my questions were rhetorical by now. Ich hoffe, dass die Fragen, die ich bisher gestellt habe, rhetorisch waren. Let's move on to Hitler. Lasst uns weitergehen zu Hitler. Papst Pius XI. hatte Zweifel an den Nazis. Er hat mit Mussolini gekämpft und manchmal auch öffentlich. Er hat öffentlich Mussolini gedemütigt. Indem er sagte, das habe ich jetzt vergessen. So we should expect Francis to have digs at Trump. Also sollten wir erwarten, dass auch Franziskus etwas gegen Trump hat. You won't see, you won't see how their goals align. Man wird nicht sehen, wie ihre Ziele übereinstimmen. If you're waiting for evidence of a deep state occult friendship. Wenn man darauf wartet, dass es diese Schattenstaatfreundschaft, geheime Freundschaft gibt. Auch der Papst hatte Zweifel an den Nazis. Doch schon wenige Wochen nach Hitlers Ernennung begann er, eine positivere Sichtweise zu haben. Ich habe meine Meinung über Hitler geändert, sagte er dem überraschten französischen Botschafter. Es ist das erste Mal, dass eine Regierung ihre Stimme erhebt, um den Bolschewismus so kategorisch zu verurteilen und sich mit der Stimme des Papstes verbindet. Viele Christen mögen Trump nicht. Sie mögen nicht alles, was er tut. Sie verabscheuen vielleicht sogar seinen Rassismus. Aber sie müssen für ihn stimmen, denn er kämpft gegen ihre Bedrohung. Auch der Papst mochte den Holocaust nicht. Aber es ist nicht ganz so einfach. Sie wollten den Holocaust nicht. Aber wer ist denn derjenige, der sich um diese Gruppenbedrohung kümmert und dagegen angeht? Wer sonst würde denn die Katholiken beschützen? Amerika war kein Freund, also sie würden es nicht tun. Amerika und Frankreich würden es nicht tun. Also war die beste Möglichkeit der Faschismus. Denn auch wenn sie den Holocaust nicht unterstützten, ihr Glaubenssystem war dennoch antisemitisch. Dieses Journal gibt drei Lösungsansätze für das Problem der Juden. Die erste Lösung oder Lösungsansatz. Alle Juden sollten sich zum Christentum konvertieren oder bekennen. Ich glaube, das ist in Ihren Quoten, weil ich musste das paraphrase. Also zunächst, man könnte alle Juden zum Christentum konvertieren. Aber das ist offensichtlich, dass das nicht geschehen würde. Denn sie sagten, die Juden würden stur sein. Man könnte Europäer zurück nach Palästina schicken. Aber das würde ja auch nicht funktionieren. Denn das Land kann nicht alle 16 Millionen aufnehmen. Und selbst wenn es das könnte, Würden die Juden nicht das notwendige Werk vollbringen. Denn sie arbeiten, und jetzt zitieren wir hier das Journal, Uniquely endowed with the faculty of being parasites. Dass sie Parasiten sind. And destroyers with no aptitude and no taste for manual labor. Und sie haben keine Begabung für physische Arbeit. They give the third option. Die dritte Option. The only remaining option in their view. Und das ist die einzig übrigbleibende Option in ihrer Sicht. Strip Jews of their rights as citizens. Nehme den Juden ihr Recht, ihr Bürgerrecht. Just one point. Nur ein Punkt. Of the 417 members of the highest leadership bodies. Von diesen 417 Regierungsabgeordneten. In the Soviet Union. In der Sowjetunion. In the mid-1920s. In den Mitte 1920ern. Only 6% came from Jewish backgrounds. So kamen damals nur 6% oder nur 6% hatten jüdischen Hintergrund. And in the 1930s. In den 1930ern. That 6% figure dropped sharply. Hat sich diese 6% Zahl drastisch geküsst. Because Stalin Stalin war antisemitisch. These are conspiracy theories. Dies sind Verschwörungstheorien. I wanted to go, but I won't for time. Ich wollte eigentlich anschauen, aber leider können wir das jetzt wegen der Zeit nicht tun. Into a secret deal that Pius XI made with Mussolini. Ich wollte ein Geheimabkommen anschauen, das Mussolini eingegangen war. In 1938. Und zwar im Jahre 1938. 40.000 Jews in Austria at that time. Es gab damals 40.000 Juden in Österreich. Were rounded up and placed in protective custody. Wurden zusammengetrieben und in sozusagen Schutzhaft genommen. And Italy was beginning to issue its antisemitic laws. Und da hat Italiens Regierung eine Reihe von antisemitischen Gesetzen erlassen. And the Pope agreed with Mussolini. Der Papst hat mit Mussolini übereingestimmt. That he would say nothing to interfere with what Mussolini was doing. so dass er nichts sagen würde um nicht jetzt da in Mussolini dazwischen zu kommen. To protect his country from the Jewish threat. Um das sein Land von dieser jüdischen Bedrohung zu schützen. In exchange for some Catholic favors. und sie durch Katholiken auszutauschen. But now we get to the end of the life of the first angel. Aber jetzt kommen wir zum Ende des Lebens des ersten Engels. It's 1939. Im Jahre 1939. World War II is about to begin. Der Zweite Welt Krieg steht vor der Tür. The Pope begins to see more clearly where this Antisemitism is heading. So fängt der Papst nun an zu erkennen wohin dieser Antisemitismus führt. It's also realized that he does not control Mussolini and it is also erkannt dass er Mussolini nicht kontrolliert. It is not a church over state relationship as he had hoped. Es war also keine Kirche über Staat Beziehung so wie er es sich erhoffte. And he is filled with regret. Und so hat er erfüllt von Bedauern, von Reue. The future Pius XII is by now his secretary of state. Quote 22 Disillusioned desillusioniert und niedergeschlagen befürchtete der Papst, dass er dem in ihn gesetzten heiligen Vertrauen nicht gerecht geworden war. Er hatte seine patriotischen Gefühle als Italiener sein Urteilsvermögen beeinflussen lassen. Er gelobte in der kurzen Zeit, die ihm noch blieb, alles zu tun, um es wieder gut zu machen. Das Problem, das zu dem Zeitpunkt dann war, ist, dass Puccelli und viele der Leiter, die um ihn herum sind, teilen diese Reue nicht mit ihm. Die sind immer noch in diesem Faschismus. Und dann kommen wir zum Zehnjahresjubiläum des Lateranvertrags. Mussolini weiß, dass sie dieses Zehnjährige Jubiläum feiern werden und ist nervös über was Pius XI. will sagen. Und ist etwas nervös, was denn Pius XI. wohl sagen wird. Und der Papst hört auf, mit anderen darüber zu sprechen, was er in seiner Rede sagen wird. alle sind nervös. Alle sind nervös. Wir werden jetzt hier einiges überspringen. mit dem London Daily Mail. The London Daily Mail published a story by its Rome correspondent claiming that Pius XI was planning a secret gathering of the cardinals to draft a ringing denunciation of racism. Rumors spread that the Pope was preparing a secret encyclical with the same aim. The ailing Pope was showing signs of losing control of the church he had long ruled with an iron hand. The Londoner Daily Mail veröffentlichte einen Bericht ihres Chrom-Korrespondenten in dem behauptet wurde Pius XI plane eine geheime Zusammenkunft der Kardinäle um eine schallende Verurteilung des Rassismus zu verfassen. Es gab Gerüchte, dass der Papst eine geheime Enzyklika mit demselben Ziel vorbereitete. Der kränkelnde Papst zeigte Anzeichen die Kontrolle über die Kirche zu verlieren, die er lange Zeit mit eiserner Hand regiert hatte. Die Menschen um ihn herum vereitelten jeden seiner Versuche Italien daran zu hindern, sich den Nazis anzuschließen. In der Überzeugung, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, sah der Papst den bevorstehenden zehnten Jahrestag der Lateranverträge als seine letzte Chance an, sich an Italiens Bischöfe zu wenden. Als das große Ereignis näher rückte, verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Papstes. Aber der Geist des Papstes war klar und seine Stimme war immer noch deutlich. Er sprach schnell, als ob er wüsste, dass er nur noch wenig Zeit hatte und viel zu sagen. They didn't usually do this. Normalerweise tun sie das nicht. Er hat seine Rede ausgedrückt und sie sollte den Bischöfen gegeben werden, zu denen er sprechen sollte. Denn aufgrund seines Gesundheitszustandes war er sich nicht sicher, ob die Bischöfe jedes Wort verstehen würden oder hören und weil er eben sicher gehen wollte, dass kein Wort missverstanden würde, hat er die Rede ausgedruckt ausgeteilt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. 1 a.m., the day before the speech was to be read, Pius XI passed away. The bishops had already arrived in Rome to the celebration that man served. On the Pope's desk was the idea that a good Christian could embrace racism Um 5.31 morgens, einen Tag bevor die Rede verlesen werden sollte, starb Pius XI. Die Bischöfe waren bereits zu der Feier, die dem Papst so viel bedeutete, in Rom eingetroffen. Auf dem Schreibtisch des Papstes lag die Mappe Humani Generis Unitas. Sie lehnte die Vorstellung ab, dass ein guter Christ den Rassismus umarmen sollte und forderte ein Ende der Judenverfolgung. Pius XI. hoffte inständig, dass eine solche Erklärung veröffentlicht würde, aber unter denen, die ihn überlebten, waren viele begierig darauf, sie zusammen mit dem Papst zu begraben. Fürs Englische 1.00 a.m., the day before the speech was to be read, Pius XI passed away. The bishops had already arrived in Rome for the celebration that meant so much to the Pope. On the Pope's desk was the folder of Humani Generis Unitas, rejecting the idea that a good Christian could embrace racism. It demanded an end to the persecution of the Jews. It was Pius XI's fervent hope that such a statement be issued, but among those who survived him, many were eager to see it buried along with the Pope. That's already been translated. Moving on. Pacelli moved quickly. On February 15, he ordered the Pope's secretary to gather up all written material the Pope had produced in preparing his address. He also told the Vatican Printing Office to destroy all copies of the speech he had printed, copies that Pius had intended to give to the bishops. The vice director of the office gave his assurance that he would personally destroy them so that, quote, not a comma remained. Pacelli handelte schnell. Am 15. Februar wies er den Sekretär des Papstes an, alle schriftlichen Unterlagen zusammenzutragen, die der Papst bei der Vorbereitung seiner Ansprache angefertigt hatte. Er wies auch die vatikanische Druckerei an, alle Kopien der Rede zu vernichten, die sie gedruckt hatte. Kopien, die Pius den Bischöfen hätte geben wollen. Der Vizedirektor der Druckerei versicherte, er werde sie persönlich vernichten, damit, Zitat, kein Komma übrig bleibe. The words the Pope had so painstakingly prepared in the last days of his life would never be seen as long as Pacelli lived. Only 20 years later, four months after Pacelli died, would Pope John XXIII in one of his first acts release excerpts of the speech. Only with the opening of the Vatican archives for the papacy of Pius XI in 2006, has the world seen the full text. Die Worte, die der Papst in den letzten Tagen seines Lebens so akribisch vorbereitet hatte, würden nie zu sehen sein, solange Pacelli lebte. Erst 20 Jahre später, vier Monate nach Pacellis Tod, gab Papst Johannes, der 23., in einer seiner ersten Amtshandlungen Auszüge aus der Rede frei. Erst mit der Öffnung der Vatikanischen Archive für das Pontifikat von Pius XI. im Jahr 2006, hat die Welt den vollständigen Text gesehen. Es gibt also viele Zitate, die wir jetzt haben. Die die Verbindung zwischen dem Katholizismus und dem aufkommenden Faschismus aufklären und aufzeigen. Ich könnte euch also all diese rassistischen Zitate vorlesen. Aber ich möchte dieses Bild nicht verzerren. Es war nicht immer so einfach. Befürworter von Pius XII. Es gibt viel zu viel Evidenz, als diesen glorreichen Auszug zu glauben. Aber ein wenig Wahrheit ist dabei. Pius XI. hat Mussolinis Nationalismus abgelehnt. Genauso wie Franziskus über Trumps Nationalismus nicht so freundlich sprach. Man wird keine Freundschaft zwischen Katholizismus, Protestantismus oder Regierungen sehen. Aber wenn Italien eine Verfassung hätte, dann sieht man, dass sie sie christlich geschrieben hätten. Denn das Thema ist ja diese Gruppenbedrohung. Hier haben wir die Alpha-Geschichte und hier die Alpha-Geschichte. Das ist Sklaverei. Und hier sehen wir den Holocaust. Modern Israel und modern Babylon. Modern Israel und modern Babylon. in einer Geschichte, wo die sechs Gebote der Test darstellt. Und wir befinden uns in der gleichen Geschichte heute. Wieder geht es um die sechs. Und man muss sich selbst fragen. Jetzt geht es um das Geschlecht. Rassismus und Antisemitismus gibt es ja immer noch. Aber der große Test, darum geht es um Geschlecht. Im großen Test geht es um das Geschlecht. Möchtest du diesem Test wie ein Millerite antworten oder wie ein Katholik? Hast du Bedenken, dass die Gemeinde durch diese Cancel-Culture unterdrückt wird? Walter Veith agiert wie ein 1929 Katholik. Es ist der Katholikismus, das von 1920er, 1920er. Ted Wilson sagt es etwas schöner. Wenn du wissen möchtest, was sie wirklich glauben, dann schau Gana an. All das, was Gana tut, ist, dass sie die logische Schlussfolgerung ziehen. Was die organisational leaders and thought leaders within Adventism teach. Was die Leitung, sowohl die strukturelle Leitung als auch die sozusagen geistliche Leitung lehrt. Und wo spricht diese Predigt von Ted Wilson gegen seine eigene Leitung? Wo in seiner Predigt verurteilt er die Schritte, die in Ghana vollzogen werden? Er mag vielleicht persönlich nicht so mögen, was sie dort tun. Ich bin mir sicher, dass er nicht sehen möchte, wie Homosexuelle physisch verletzt werden. Aber man muss einer Regierung sympathisch gegenüberstehen. Die versucht moralisch zu sein. Die versucht, sich vor dieser Gruppenbedrohung zu schützen. Sei es nun Ghana, Uganda oder Australien. Der Adventismus steht auf dieser Seite. Sie gehen dem Schiffbruch entgegen. Denn genau an dem Punkt, wo dieses Thema des Geschlechts sie ja eigentlich handeln sollten wie ein Millerite, aber handeln wie ein Papst. Und das ist der Grund, warum sie am Sonntagsgesetz fehlschlagen. Und es geht nicht darum, dass die katholische Kirche wollte, dass alle Juden sterben. Sie wollten nur, dass sie kontrolliert werden, damit die Katholiken beschützt sind. Damit das Land beschützt ist. Ich hoffe, dass wir erkennen können, dass es in dem, was wir besprochen haben, damit wir das Problem mit dem Adventismus deutlicher erkennen. Wenn sie Babylon sagen, dann sind es diese Säkularisten. Es sind die LGBTQIA+. Das sind die LGBTQIA+. All diese Geschlechtsabweichungen. All diese Verwirrung, wenn Frauen nicht so handeln wie Frauen. Und um jetzt hier rechtlich zu sein, tue ich auch noch Katholiken hier hinschreiben. Aber sie wissen nicht einmal, wie sie den Katholizismus definieren sollten, wie er heute ist. Weil der Adventismus Babylon nicht definieren kann. Als Laudizianer agieren sie wie Babylon. Und die Entscheidung, die wir treffen müssen, was machen wir damit? Die Gemeinde wird sich nicht zum Besseren wenden. Menschen müssen herauskommen. Und wie ein Millerite sich verhalten. Zum Abschluss knien wir zum Gebetende. Lieber Gott, danke, dass die Ereignisse in dieser Weltgeschichte nicht für uns unsichtbar sind. Es ist kein Schattenstaat, den wir nicht sehen können. Ich bitte, Herr, dass du uns hilfst, um aus Babylon herauszukommen. Aus unserer Weltanschauung. Vollkommen und komplett. Und keine Kompromisse eingehen. Und nicht danach streben, nach diesen Lücken. Und nicht dem Wasser des Sexismus. oder dem verwässerten Babylon. Diesen liberalen Feminismus. Den sogar der Papst predigen kann. Mögen wir als Beispiel stehen, besonders in dieser Zeit, für den Adventismus. Damit sie den Standpunkt einnehmen können, der ihr Leben retten wird. Und das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. I'll pass over. Thank you.